Die drei Freunde Lia, Fenja und Annette und ihre Partner wohnen im Plattenbau und der Wilhelmstraße 128. Bernd, und mir hast du gesagt, du wärst schon immer weiblich gewesen und hast wegen den Eltern Chantal. Heißt das, du magst mich doch nicht? Doch klar, aber nicht so. Vor allem haben wir uns gerade erst kennengelernt. Und ich bin vergeben. Was? Du wolltest mich vergewaltigen. Ich könnte nicht mehr an mich halten. Oh mein Gott, es brennt. Fangen bloß nichts mit diesem Mirko an. Der ist ein Macho. Oh, und dein Mann hat mich im Fahrstuhl angetatscht und gemeint, ich wäre die einzige, der will. Und deshalb hatte ich ihn abgefüllt und geküsst. Wer ist dieses Mädel überhaupt, mit dem du zusammen bist? Sie heißt Florenza, wohnt im Block nebenan. Sie ist schwanger von mir. Naja, ich hab mit Florenza geschlafen. Eine schwangere Freundin. Was? Oh mein Gott, Chantal, ich dachte, du wärst jetzt eine richtige Frau. Ich hab nicht so viel Geld. Und sowas ist teuer wegzumachen. Äh, ich geh mal besser. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.